Ich würde sagen, zumindest die Regen, zumindest die Regenjahren, wenn wir jetzt jetzt springen, das ist eine Fläche. Dürfen wir die Spiele? Nein. Die müssen noch zum Nähen. Das ist echt größtend. Hier ist es. Ah, die müssen dann ja sowieso, dann kommt der Aufnäher. Doch, ich kann nicht. Und jetzt kommt es hier. Was sagst du? Das ist die da, oder? Ja, das ist noch 65. Ich spiele. Ich habe gekonnt. Ich spiele. So, komm. Einmal recht freundlich. Ameise-Scheiße. Ja, seid ihr auch nicht gewohnt, ne? Perfekt. Blech, blau, blau. Ah, so, das reicht schon. Wir machen noch etwas. Mir auch nicht. Ach, hier, die hat mir auch geholfen. Danke. Macht euch gut. Freizeit. Ich denke, was ist denn da für eine Unruhe unter meinem Fenster? Fotoschutin. Oh, die Randale. Schön, klasse. Wow. So, ich kostet mir noch ein wenig, doch die Aufnäher. Dann kannst du dich schon mal, dann kannst du dich schon mal erinnern. Was wir dann eher hinkriegen sollten, können wir wie ihr sie beschreiben. Ja, alles klar. Super. Gut. Danke nochmal. Danke, danke. Ja, gerne. Viel Spaß. Und ich muss hier starten. Jo, mach mal. Sehen Sie, es wird gerade noch mehr zu. Ciao, ciao. Dann haben wir die Bösigenhofen, dann haben wir jetzt. Dann kommt ein Klo.